Das ist doch schon ganz gut, was wir bei den Märkten sehen, oder? Oder? Mach uns mal Mut, sag mal was Positives. Na gut, wollen wir mal drauf gucken, was der Markt aktuell so halbwegs kann. Wir haben es ja schon mehrmals angesprochen. Naja, die Chance auf eine Wende ist ja durchaus da, übergeordnet. Zumindest mal haben wir das vielleicht nicht unbedingt beim Dow, den wir jetzt hier im Blick haben, aber beim S&P 500 und auch beim Nasdaq-Index, wo wir ja eigentlich immer noch so im Unterstützungsbereich sind, wo ich sage, das würde doch noch ganz gut passen. Aber blicken wir zuerst mal auf den Dow und wir wollen das bewusst auf der kurzen Ebene gucken. Also jetzt nicht so sehr im Übergeordneten, dazu hatte ich ja einen extra Beitrag gemacht. Wir schauen uns noch mal an, was der Markt bisher gekonnt hat und das ist seit dem Tief am 20. Mai. Wir gucken noch mal ganz kurz, einfach, dass wir so ein bisschen eingenordnet sind. 20. Mai, ach okay, das ist das Tief. Okay, da sind wir wieder, dass wir parat sind, das ist ganz wichtig. Dann sehen wir, dass wir eine Aufwärtsbewegung hatten von hier. Die ging erst mal bis da hoch. Wir haben gesehen, dass es sehr, sehr korrektiv ist mit Überschneidung und dementsprechend auch hier eine Fortsetzung. Das macht doch Mut, das macht Spaß, denn wackelig runter bedeutet doch eigentlich eine Fortsetzung der vorherigen Richtung. Ja, das haben wir ja gesehen. Die Geschichte ist schon rum. Und jetzt gucken wir uns mal diese Aufwärtsbewegung an, die wir hier haben. Wie findet ihr die? Ist die? Haha, jetzt geht's los. Jetzt sind sie alle bereit und wollen unbedingt kaufen. Achtet auf Rücksetzer. Hier ist ein Rücksetzer, hier ist ein Rücksetzer, hier ist ein Rücksetzer, hier ist ein Rücksetzer. Das ist ja schon auf der anderen Seite eigentlich wieder. Das heißt, die Bewegung, die wir hier bis da oben hatten, hat so viele Kursüberschneidungen. Das heißt, dass Tiefs hier niedriger sind als da. Das kann natürlich gelegentlich vorkommen, auch in einer starken Bewegungsrichtung. Aber starke Bewegungsrichtung sieht vielleicht so aus. Dann haben wir hier einen Rücksetzer und da einen. Von mir aus auch den insgesamt, wie auch immer. Vielleicht auch kleinere interne hier irgendwo. Aber ihr seht, die sind weit voneinander entfernt. So sieht gute Laune aus. So sieht das aus, wenn die Leute verzagt sind. Wenn sie sagen, ich traue den Braten noch nicht so richtig. Ja, eigentlich hoch wäre schon cool, aber ich bin da doch noch sehr zurückhaltend. Genau so sieht das aus. Und genau das ist das, was wir an der Börse gerade sehen. Das heißt, die Marktteilnehmer, sie trauen dem Bullen noch nicht und wollen sich ihm noch nicht anschließen. Folgerichtig, der Kurs im Moment nochmal nach unten unterwegs. Und wenn ich dieses Verlaufsmuster hier so sehe, würde ich mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir jetzt in der Folge nochmal diese Marke sehen. 31.300 in etwa. Das ist eine ganz grobe Idee. Das ist jetzt nicht. Leute, könnt ihr sicher sein, das passiert. Das ist ja Quatsch, wenn man das im Chart ablesen kann. Aber das, was wir hier nach oben sehen, sieht nicht gut aus im Sinne von, das wird jetzt ganz sicher eine starke Aufwärtsbewegung. Das Gute und das Beruhigende ist, dass die Abwärtsbewegung ja auch noch nicht so richtig der Burner ist, wenn ich mir das angucke. Aber hier ist es schon eher, also diese Pause hier überschneidet sich noch nicht mit diesem hier. Wenn das hier eine gesamte Pause ist, die überschneidet sich nicht mit dieser hier. Wir haben also hier auf der Abwärtsseite, ja, auch nicht ganz optimal. Aber wenn ich wählen müsste, welche ist die deutlichere, die stärkere, finde ich abwärts fast schon schicker, mag gar nicht laut sagen, als die Aufwärtsseite. Der Dow Jones, also hier gemessen am Juni-Kontrakt des Futures, deshalb nicht wundern, YM, das ist das Kürzel dafür. Und alle, naja, CFDs, die auf diesen Index eben lauten oder anders lautende Titel, sind im Moment da nicht klar, was die Richtungsentscheidung angeht. Im Gegenteil, ich würde eher davon ausgehen, aufgrund dieser charttechnischen Situation, dass wir zumindest mal in das Umland dieser Marke hier nochmal kommen dürften. Das kann ein bisschen höher sein, ihr seht das, also wenn es 400 ist, 450, naja gut, aber wir hätten eben noch Platz nach unten vorläufig. Und ich würde mich allerdings auch nicht wundern, wenn wir vielleicht noch 100 oder sogar 31.000 sehen würden. Also das muss jetzt nicht pünktlich auf dieser Marke unbedingt dann landen, auch wenn die natürlich eine gewisse Unterstützungswirkung hat, zumal wir davor ja auch schon ein bisschen das hatten. Da kann man davon ausgehen, dass der eine oder andere zumindest mal seine Verkäufe stoppt. Und jetzt gucken wir mal, was die Fibus sagen. Guck mal, da haben wir sogar noch die 50er Marke. Also ich würde mal den Nagel in die Wand hauen. Für den Fall, was ich nicht so unrealistisch empfinde, dass der Markt diese Zone hier erreicht, sehe ich hier ein gutes Unterstützungspotenzial. Das heißt, hier genau drauf gucken, für alle diejenigen, die jetzt am Nachmittag mal intensiver mal den Markt beobachten wollen, vielleicht was traden wollen. Wenn er hier ankommt, ob er dann steil hoch geht und wackelig eben runter oder ob das dann auch wieder nur irgendwie sowas Gewackeliges ist, wo man sagt, ja komm, schenk's dir. Das ist doch kein echter Start nach oben. Das ist doch wieder irgendwie sowas, was wir hier haben oder eben auf der Abwärtsseite hier. Also ihr seht, so richtig begeistert bin ich, was das angeht, noch nicht von den Märkten, zumindest mal nicht vom Dow Jones. Aber wir können es schon erahnen. Das ist auch nicht großartig anders, wenn wir hier auf den S&P gucken. Hier das 20. Mai tief, der Anstieg. Wir haben diesen Anstieg hier, der ist ja noch nicht mal so hoch wie der da und er sieht alles andere als attraktiv aus. Ich weiß, dass es einige gibt, das jetzt fortgeschritten im Wissen, die sagen, das könnte doch ein Leading sein. Jawohl, Leading wäre möglich, dann wäre das die starke, dann müsste hier eine schwache Seite sein. Wenn ich die beiden aber jetzt mal so in Relation sehe, wenn ich mal gucke, den Anstieg und danach den Abstieg, dann würde ich fast sagen, da oder da, weiß ich nicht mal genau, welcher jetzt davon zu zählen, die sind ungefähr gleich hoch. Dann sagt man, naja, die Abwärtsseite ist jetzt ja nicht wirklich schwächer als die. Das heißt, hier auf ein Leading zu setzen, ganz kurzer Stichwort, Leadings haben eine Wahrscheinlichkeit im Chart von 10 bis 15 Prozent in etwa. Das heißt, das kommt jetzt nicht super häufig vor. Es kommt aber regelmäßig vor. Also 10 bis 15 Prozent ist nicht schlecht. Okay, aber es ist eben nicht so, dass man sagen kann, das ist ganz sicher das. Und dann aber auch noch eine Antwort, die ähnlich steil in die Richtung geht, die lässt mich wirklich zweifeln. Und da sind wir wieder bei dem Bereich 38, 100, fangen wir es richtig an, also 3.875 hier eben. Das wäre so meine Erwartungshaltung. Das ist wie gesagt kein Versprechen, aber ich muss sagen, ich bin mit der Aufwärtsrichtung noch alles andere als begeistert. Und was wir vielleicht noch mal im Hinterkopf haben sollten, ja, aber Rüdiger, wann kannst du denn entscheiden, ob das vielleicht doch nicht mehr passiert? Das ist so lange in Play, wie wir immer sagen, solange die Aufwärtsbewegungen eher schwach sind. Das heißt A, B, C irgendwie dreiwillig, A, B, C sind beispielsweise oder irgendwie ganz vielfach wackeln. Das sind alles so ganz gute Zeichen. Das wird sich ändern, wenn es steil nach oben geht, wenn ihr eine steile Bewegung nach oben habt. Und wenn ihr jetzt völlig zu Recht sagt, aber hier war doch auch steil, dann wärst du doch da long. Naja, da wäre ich schon auf der long-Suche gewesen, wenn er wackelig runter, ja war doch und triggert. Ach nee, also nicht long. Also, das heißt, wenn er das macht, ob er das jetzt hier macht, ob er das da, 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 das ist eigentlich fast egal für mich. Sobald er das macht, dann sage ich, oh, vorsichtig, vorläufig switche ich auf den eher long-Modus, brauche dann aber wackelig abwärts. Was ich nicht brauchen kann, ist dann steil abwärts, ist ja klar. Also, ich bräuchte dann wackelig abwärts und ich müsste getriggert werden, dann würde ich sagen, welcher blöde Kerl hat erzählt, dass der Kurs da runter geht? Quatschkopf, der hat keine Ahnung, denn spätestens dann, wenn wir das brechen, sind wir wenigstens temporär erstmal in diese Richtung unterwegs. Ihr seht, traden ist Wenderhals sein, immer das machen, was der Markt gerade vorgibt. Im Moment gibt er nach oben nicht wirklich stark, es sei denn hier auf ganz kleiner Minute, könnte man vielleicht sogar sagen, ist das vielleicht irgendwas? Aber das ist jetzt für dieses Video unwichtig, das könnt ihr dann sehen, wenn ihr einen Minuten-Chart guckt. Allerdings leider wahrscheinlich, bis ihr das Video sehen könnt, ist diese Kuh dann auch schon vom Eis. Also, insofern, das Bild eher vorläufig noch nicht so richtig, der Burner nach oben. Nasdaq bietet sich, oh Gott, ich kriege schon gar nicht mehr raus, fast die gleiche Situation oder bildet sich das gleiche Bild oder wie auch immer. Naja, wir sehen hier, das ist noch sehr wackelig nach oben gewesen, weshalb meine Begeisterung für auf jeden Fall kaufen sehr limitiert ist. Ich bin also tendenziell eher auf der Suche nach der Short-Seite. Das Bild bleibt gleich, vielleicht Ziele dort 11.600, 11.500 und ein bisschen 50 von mir aus. Und wenn wir eh schon da unten sind, dann wäre es nicht untypisch, dass wir dann auch nochmal die 11.500 nach unten durchstoßen. Wir kennen ihn doch, unsere Pappenheimer, die Märkte, die dann gerne nochmal ein klein bisschen übertreiben, in dem Fall unterstoßen und dann eben gegebenenfalls hier auf die falsche Fährte locken. Da unten dann natürlich nicht sofort auf die Short-Seite gehen, sondern wieder auf die nächste Korrektur abwarten. Aber das ist eine andere Geschichte, das soll ein andermal erzählt werden. Gucken wir auf den DAX, gucken wir auf den DAX Future für die Intraday-Freunde. Das Übergeordnete, wie gesagt, hatte ich ja jetzt vorgestern erst gebracht. Da hat sich jetzt nicht wirklich was erstmal geändert. Soll zumindest mal nicht Thema dieses Videos jetzt sein. Im kürzerfristigen Chart, 5-Minuten-Chart FDAX, sehen wir Abwärtsseite auch nicht so der Burner. Also das war dieses Aufwärtsteil, was wir in Amerika eben betrachtet haben, was definitiv nicht für den bullischen Markt spricht, sondern ganz klar korrektiv. Ihr merkt euch, dreiwellig ist korrektiv oder wenn es mehrfach wackelt mit Überschneidungen. Das sind alles Korrektivmuster, sprich Gegentrendbewegungen. Naja, wenn wir starke Bewegungen nach unten haben, ist abwärts wohl der Trend, dann ist das der Gegentrend. Sobald der Gegentrend vorbei ist, geht es in Trendrichtung weiter und das ist dann eben abwärts gewesen, wie wir festgestellt haben. Wir sehen allerdings, dass der DAX vielleicht hier schon deutlicher das Zeichen spricht. Naja, es gibt dann doch viele Andeutungen, schon Überschneidungen. Also ich würde beim DAX eher sagen, naja, wir sind ja auch schon hier ungefähr angekommen bei diesem Bild. Also wenn ich einen von denen jetzt kaufen müsste, dann wäre der DAX wohl vorläufig der, der mir am besten gefallen würde. Denn hier ist das Bild am ehesten für die Longseite. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, das kann doch nicht sein, wenn der amerikanische Markt fällt, dann muss der deutsche Markt auch fallen. Kann ja nicht steigen. Ja, dann überschneidet mal diese Kurve und dann werdet ihr feststellen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Während der amerikanische Markt hier richtig tapfer gestiegen ist Ende Februar, ist der deutsche Markt relativ stark gefallen. Also traut da nicht euren Ideen oder was man manchmal so liest. Das läuft ja immer exakt gleich ab. Es ist schon ähnlich. Aber beim Traden kommt es dann manchmal aufs Detail an. Soweit die Updates zum heutigen Nachmittag. Ich hoffe, dass ihr was damit anfangen könnt. Dass ihr eine Überlegung habt, die ihr mit in den Tag nehmen könnt und daraus eure eigenen Trading-Ideen umsetzt. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße. Ich hoffe, dass ihr mit in den Tag nehmen könnt.